Ich habe vergessen Start zu drücken, aber egal, uns fehlen nur 20 Sekunden. Also loggt eure Champions-Chall ein, genau, schnell einloggen und Karatekennen oder Swampmasterkennen. Ich glaube ich den Swampmasterkennen, denn den habe ich von einem meiner netten Abonnenten geschenkt bekommen. Den Stompmasterkennen. So, ich nehme mal noch Clarity mit, ne, für mich. Steffen, du nimmst dann Angry Birds Skin für Swampmasterkennen. Sehr eng, aber sicher. Hier, Riot, please, Angry Birds Skin für Swampmasterkennen. Ja, bitte. Proficial Statement hier von Team Swagstone United, sonst treten wir nicht mehr auf. So. Das wäre so ein Verlust. Ja, das ist wirklich eine ernsthafte Drohung. Ja, echt. So, und jetzt mache ich was, was ich schon immer mal während einem Video machen wollte, aber nie konnte. Nämlich einfach gehen. Denn ich habe Durst. So. Not bad. Ihr müsst die Leute jetzt unterhalten, ne? Ach du Scheiße. Kannst du doch auch selber mit deinem tollen Headset. Nee, nee. Komm, wir verraten jetzt alle Geheimnisse vom Einstein. Wie ist eigentlich Einsteins richtiger Name? Das hat er doch letztens schon gesagt. Hat er ja. Hat er ja. Ja? Ja, okay. Ist doch langweilig. Jens, Jens. Das Duo. Hm, was gibt es noch so? Steffen ist eigentlich weiblich. Das wissen nur die wenigsten, aber es ist so. Einstein dürfte der Einzige von uns sein, der noch auf Silber rumdimpelt. Vergiss Lorenz nicht. Ach ja, Lorenz. Der ist in Bronze. Nichts für ungut. Ist doch ein Running-Gag unter uns. Ja. Jens, du kannst ja sowieso hier erstmal dein... Ja, weil es steckt halt mein Diamanten im Penis ins Gesicht. Du Arsch, ey. Spiele ich eigentlich so Pseudotank Gammelswain oder Glaskanone? So, ich hoffe, ihr habt ausreichend Anekdoten. Aus Alexi-Jugend erzählt. Aber wir haben... Wir haben uns nur unterhalten, wie viele... Was für Leute denn noch Silber spielen, ja? Was das für Menschen sind. Ähm, Hust. Hat eigentlich irgendjemand den Felix heute schon gesehen? Außerdem, pass auf, ne? Du spielst gegen zwei Meter Eric. Aber guckt euch meinen Champion an. Ich kann die Trompete spielen. Tu es. Tu es. Und freihändig, sogar. Freihändig, zu strong. Ich bin ein Winther. Also es ging doch immer ums Trompete spielen. Ja, natürlich. Willkommen in der Hauberung der Glaskanone. Oh, geht ja los. Und los geht es. Ja, ich hab doch gesagt, du spielst gegen zwei Meter Eric. Was? Ja. Junge. Das hätt ich nicht gesehen. Deswegen. Ja, fang die Bombe. Oh. Jetzt. Ja. Aber er geht aggressiv rein. Ich komm dann langsam, ne? Achso, jetzt. Was bleibt, wo ist es? Muss man auch einfach schon mal Balls Deep gehen hier. Gut, wenn ihr jetzt natürlich alle sterbt, dann war es nicht worth it. Ah, hier, da rennt doch. Oh, Barrier OP. Ihr dürft mich verfluchen, wenn ihr mich jetzt beim Essen hört. Verfluch, verfluchen, aber. Rotchips sind einfach zu geil. Tut mir leid. Ja, apropos Essen, da geh ich gerade an den Kühlschrank. Steht da so ein Pott mit Sahne, ne? Oh. Was passiert? Erster Löffel kommt gerade noch so in meinen Mund. Zweiter Löffel landet aber voll auf dem Fußboden. Und dann hast du gedacht, fuck this shit. Ja. Geh mal zocken. Genau. Tritt sich fest. Immer diese Ernüchterung, wenn man merkt, hey, du bist drinnen mehr, aber noch nicht Level 6. Man errehämmert und nichts passiert. Das Gefühl kennt er, das Gefühl kennt er ein, scheinlich. Ne, das habe ich noch nie gehabt, das Gefühl. Ach, doch, dann mehr ist ein Super-Chem. Macht Spaß. Frag dich mal, womit der Sonne Gold erreicht hat. Ach, bleib mir weg mit dem Sonne. Der hat echt Gold erreicht, ne? Das ist so cool. Ach, bei dir denn da? Das ist mal ungewollt. Das ist mal ungewollt. Die beste Lache von allen. Wer? 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 Der Demomblade-Trindermeer. Hat er ja noch eine andere als der andere drinnen mehr? Der hat alles anders. Das ist ja legendary. Ist er auch vom anderen Ufer. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Wenn er alles anders hat, ne? Obwohl man ja nicht weiß, wo der andere drinnen mehr da. Ach, lass uns mal vollkommen zu sein. Der andere hat doch ne alte, also kann man die Frage doch beantworten, oder? Stimmt, der ist doch hier mit der Ash-Zone. Aber ganz schicke. Oh. Damn Grabs. Ja, passt. Hast du mir meinen Blitzkrinker? Jawollt, nur blöd, dass ich keine HP hab und mir das nix bringt. Jawollt, schön. Und da, weil es müssen wir jetzt gleich eigentlich mit unseren Uls da rein jolonen. Ja, aber ich möchte gerne erst sterben. Jetzt nämlich. Oh mein Gott, so ist die Idee in Scheinland. Ja, ich meine, es gibt Selbsthilfegruppen dafür, ne? Ja, ich bin so gut im K.S. Boah, ich bin so gut im K.S. Ja, so ist es. Sieg's auch. Jolos, Wax, Wayne, sonst macht das keinen Spaß. Boah. Oh. Loil. Das ist gar nicht immer so eine schwache Kombo mit Kennen und Kein. Da könnte man was Gutes machen. Kein ist generell geil. Ja, die werden in letzter Zeit auch eigentlich gar nicht mehr in die LCS oder so. Die Koreaner haben die auf der Weltmeisterung noch einmal ausgepackt, ne? Also, sonst? Sagt mir doch, dass der seine Ult noch nicht gedrückt hat. Der hat seine Ult noch nicht gedrückt. Danke. Jetzt geht's mir besser. Mehr wollten wir ja nicht. Das freut uns. Hey gut, wo ist der Dankmaster? Wo ist der Dankmaster? Der Dankmaster hat sein Ulti auf Cooldown. Wie kann denn der Dankmaster das passieren? Egal, ich kann vor 2.000. Ich gehe rein, ich gehe rein. Oh mein Gott. That's what she said. That's what she said. Ja, ich weiß ja nicht, was du gesagt hast. Ich habe von Steffen geredet. Nein, nein. Also, hier bestelle ich deine Sexualität in Frage. Was für ein Team man bei dem Aram nicht kommt. Kein Scheiß, ist glaube ich schon spät. Nach müde kommt bekanntlich blöd. Wir könnten auch noch den Aram-Presse-Club erholen. Oh ja. Wer ist dabei? Oh Backe. YOLO. Wieso habe ich meine Ult-Kids zündet? Wegen der Sicherheit. Was macht er denn noch? Was macht er denn noch? Ich hoffe, der Eintritt hat die Kamera da hinten drauf gehalten. Oh, denn was denn? Ist die eigentlich gestorben. Ja, ich weiß. Herrlich. Natürlich nicht. Ein Hunter sieht sowas auch ohne Kamera. Ja, da gab es nichts Tolles zu sehen. Minimab reicht. Ich lebe noch kurz. Swain hält mir aber nichts aus. Also, der Willi verteilt wirklich exquisite Ultis, aber uns fehlt einfach der Follower. Ne, wir bräuchten mehr davon. Achso. Mehr von den Ultis. Für jeden. Wir bräuchten fünf Cans. Fünf Cans, ne? Ja. Ja gut, aber wir haben ja Trinder mehr. Und Swain ist ja quasi auch so eine wandelnde Keil. Und wir wissen ja, dass Swain ist... Swain ist keine Spinne. Ne. Ihr musst jetzt nochmal erklären mit den Spinne. Ich hab nämlich ganz verstanden. Third is the word. Ähm. Auf wen hat mir denn das Ursprung? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Weiß ich nicht. Ach, ich glaube, Renek. Ne, Renek. Oder Wollibear, weiß ich nicht genau. Wollibear war oben am Tower pushen. Im ersten Spiel, glaube ich, war es sogar. Und der Alex kam, glaube ich, über den River hoch zum Ganken. Und der Lorenz war, glaube ich, eh top oder andersrum. Wie auch immer. Ich glaube, so rum war es. Und dann sag ich, jetzt muss Wollibear aber aufpassen. Und in dem Moment drehte er dann wirklich rum. Und sagte, aber er hat es auf jeden Fall scheinbar doch gemerkt. Aber es kann nicht an seinen Spider-Senses gelegen haben. Denn wie wir alle wissen, Wollibear ist keine Spinne. Ja, okay. Den, den, den hat er so gut. So, und jetzt wäre ich gerne da mit meiner Ulti. Aber deswegen komme ich ja jetzt. Rollt doch auf. Das sieht irgendwie traurig aus. Schon, ne? Einstein, zack. Was denn? Wie soll der Kleinigkeit? Ihr habt nicht auf mich gewartet. Wir sind aber auch die Gegner sehr, sehr fett aktiv, ne? Wie soll, ich hab davon noch nichts gelesen. Ist auch besser so. Dir ist nichts verloren gegangen. Ja. Also so Heilmittel für Aids und sonstige Krankheiten wurden noch nicht bekannt gegeben. Also in manchen Chats ist das ja so. Da wird es nur was Spannendes. I can cure this, I can cure this. Ausgibig diskutiert wird sowas ja in vielen Pads. Aber heute mal, ausnahmsweise nicht. Also Malfaddle ist noch down. Ich weiß nicht, ob wir eine bessere Gelegenheit kriegen zum Camping. Na gut. Ich hab meine Ulti, aber auch noch nötig. Okay, dann zackst du. Ich hab einen. Ne, doch. Oh, ich hab zwei. Au, aua, Glas. Da ist er wieder. Der Hourglass. Du kriegst mir nie mehr leben. Das ging doch besser als erwartet. Ja, in der Tat. Oh, oh, Dunkmaster. Ich glaube, er hat aber keinen Dunk. Naja, aber passt schon. Der Flash von Willian. Ey, Steffen, du sollst dich glaube ich nicht mehr töten, oder? Wie viel Gold habe ich nicht mit euch probiert. Komm her, komm her, ich kann das. Heule mich doch nicht. Mach dir eine Güte. Ja, aber du wärst trotzdem dann noch von Six. Doch, Six hat doch noch ein Assist gekriegt. Leil nicht. Ja, hat er wohl. Hätt er gar nicht. Hat er wohl, ich hab's doch gesehen. Nein, ein Stein, das weiß ja keiner. Achso. Vielleicht hab ich mir auch verguckt. Ja. Ganz sicher. Ich glaube, ich werde mir nur für die noch ein Kelch bauen müssen. Das hält mein Mana nicht. Jetzt, was ist denn eigentlich mit deinen Items halt? Warst du nur, weil ich doch keine AD gekauft hab? Ja. Er ist Tanker-Mare. Dann werden wir sonst nichts hier, was irgendwie tankt. Was? Und so ein unsterblicher Tank ist da auch ganz cool. Ja, ich habe gerade gekonnt, deine Tank-Items. Oh, scheiß CC. Ja, Mana auch, ist was los. Oh, Mid-air. 360, no scope, Mid-air cancelled. Joach. So läuft das im Leben. Tötet gleich leider von wegen one-hitted. Joachim. Warum laufen die Ahrens eigentlich in letzter Zeit so gut? Weiß auch nicht. Liegt an der Woodside. Nix, ihr Suckt. Rein dient's auch daran, dass wir immer einer gegen acht reingehen. Gegen acht? Moment. Da stimmt was nicht. Könnt schwören, dass es eben nur sieben waren. Glaubst du nicht echt, dass wir im Team noch zusammenspielen? Oh, das ist sicher. Wie ist das? Oh, man, no. Oh, jetzt krieg ich schon wieder einmal die Ulti ab. Ja, ich will sterben. Oh, Trinder, der Kacknob hat noch seine Ulti. Ja, ja, ja! Reportet! Oh mein Gott, das werde ich jetzt nur tun. Reporten dich alle. Dann fragen wir die Jäger, ob sie dich auch reporten. Und dann musst du auf EU-NE Smurfen gehen. Oh mein Gott! Oh Gott! Oh, Alter! Oh, ich kann die Riven nicht ausstehen, ne? Die ist so scheiße! Ja, aber klar, ey! Eine Ulti extra aufgehoben, nur um mich zu killen. Oh, ein Gott-Käserrad! Das Käserrad! Und jetzt zündet er seine Ulti und rennt wieder. Oh, hier! Dein Jukes! Das wirkt doch dein Junge! Das war doch cool, ne? Das ist wirklich ärgerlich. Das ist verdammt mir daher. Hört sich ziemlich gut an. Das ist vor allem sehr männlich. Ja. Das ist ein Auerhlas. Das ist ein Auerhlas. Das ist ein Auerhlas. Das ist ein Auerhlas. Nein, der A-T will jetzt mittlerweile zu hart. Das hat er getazert. Nein, der hat einfach eine Hitbox, die scheiße ist. Ja. Ich bin auch ein Auerhlas. Die Hitboxen sind wieder schuld. Los geht's! Ich bin gleich da, dann müsst ihr sie weghauen. Hä, wir engage lieber ohne dich. Exakt. Das ist ja ganz Spaß. Soll ich da rein oder soll ich da nicht rein? Jetzt hab ich wieder Ulti. Oh ja, den Nelfight, den wollen wir alle haben. Am besten. Na ja, das hat er nicht so lange gehalten, meine Ulti. Oh, mein Stunden, das war noch nicht ready. Hauptsache, Hauptsache 4-Mann-Fokus. Das waren 3. Ich hätt's auch gemacht, wenn ich nicht schon tot gewesen wäre. Dann wollen wir als Interestimate the power of the stupid. Nö, was kann das denn für'n Dings? Hm. Boah, diesmal hätt ich wieder meinen Sonias. Allerdings krieg ich erstmal wieder rankommen. War das noch kein Ulti, ne? Ja, aber ich dachte nicht, dass die so viel Schaden machen. Boah, Steffen, ne? Boah, jetzt weiß ich wieder, warum ich den Tankbild spielen sollte, wenn nur Lappen in meinem Team sind. Hör ich da Kritik? Mimimimi. Nein, du hörst ein lautes Mimimimi. Oh, 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 yes. Scheiße. Auch das war sehr männlich. Ich brauch für den Lappen jetzt irgendwoher Rüstung. Die anderen sind ja noch nicht so schlimm. Die Belong in dem Museum. Die Belong in dem Museum. 200 Pro sitzt ja nicht, unfassbar. Kult in 5. Uff. Kannst du auch noch ein Glas? Hm, nein. Das stimmt. Also, eigentlich ja, aber ich war schon. Bull den 6. Ich glaube, ich werde dieses Mal drauf. Ach du Scheiße. Das war eine ziemliche Bombo-Kombination. Hm. Ich habe auch, glaube ich, 6 Sekunden lang nicht meine Ulti drücken können, weil ich ungefähr 500 Mal gestunt war. Lauf, Trinder. Oh. 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 Not even close. Aber das war aber nicht schlecht, ey. Das ist halt die Sache. Wir dürfen ja nicht engagieren, wenn die alle ihre Ult ready haben. Ach, natürlich. Ja. Da findest du nicht. Da findest du nicht so ein Try-Hard-Mo. Hallo, das ist Aram, ja? Das geht nicht. Genau. Nichts ums Gewinn. Nichts ums Gewinn. Ich bin ein Serious-Gamer. Oh, shit. Ich meine, wir fokussieren den Tank-Mail-Fight. Ja. Ja. Weil die anderen halt nie in Range sind. Wir haben halt wenig Champions mit irgendeinem Cap-Closer oder sowas, ne? Ja, das ist das Problem. Nee. Will doch eh nur sterben. Fuck. Oh, Gott. Woher hab ich meinen Kills? Leck. Nein. Das ist bitter. Ja. Ich komm da ran! Ich kann das besser machen! Ich kann das besser! Das Riven, hell yeah! Wie mich das freut. Nein. Ich komm da ran! Hey, Felix. Dein Auftritt! Teichmobile OP-Dariusius. Der Trumpet. Nein! Nein! Aber da sind sie, die Comebacks. Du hast echt nur so weiter Rinden gezogen. Ja! Das solltest du öfter machen. Bier, ne? Auf geht's! differences Stab ich auch ich mich alter dieser Schmerz das tut so weh übrigens ich möchte die ich möchte die Kailholt nicht kriegen ich mach sowieso keinen Schaden nein wo ist denn das denn? das ist denn ohne dass kein Berge ich habe gar nichts ich wieder komme habe ich alles Brunner Köln ist mehr zu schon drückt Dank, Master Felix. Gedank sie doch. Na da jetzt. Mach dich gut schon ran. Der Schaden ist doch scheiße, Einstein. Ich hab' eingekriegt. Los, Jens. Wie langweilig. Echt. Boring. Boring, boring. Radhab! Was das hat? Ein Shooter-Person. Yes, indeed. Alter, die Defeat-Musik ist aber auch irgendwie äh... Scary hab' ich grade mal festgestellt. Ja, die sollten wir... Die hab' ich auch vorher noch nie gehört. Ab jetzt vermeiden. Ja, hab' ich noch nie gehört. Wie zum Teufel hatte ich ja am meisten Kills. Man weiß es nicht. Ja, in diesem Sinne, reingehauen schön. Ihr dürft noch mal alle winken. Mhm. Tschüss, Mama. Ich kann's doch gar nicht sehen, wenn wir winken, man. Oh, ich hab' ohne Spaß. Jetzt wirst du die wirklich alle hochladen. Ja, natürlich. Jetzt wisst ihr mal, was ich für Leute hier tagtäglich zu tun habe. Ja, so ist es. Also bedauert mich, guckt meine Videos und macht mich dadurch fröhlich. Bis dann. Ja, eigentlich fürs Kreuzchen. Wir haben dich auf dem Zeit nuestra k tornar fürเรา. Ja, 마음 식으로. Ich bin Louise Trumb. Es gab's luchten. Bon Verranging und miträumchen. Ja, Lithuan ist gut so drin.